Von dem Moment, sagen wir mal der Herbst oder Oktober, bis zum Mauerfall, da passierte irgendwie auch für mich noch anderes. Also die Demonstrationen gingen weiter und irgendwann hatte ich so das Gefühl, ich bin in dieser Demonstration noch so mit sechs, sieben anderen. In dem Moment waren wir so zusammen und hatten noch gesungen und so. Und dann haben dann Leute gesagt, was wollt ihr hier mit euren Liedern und geht weg und so. Und ich dachte, hä? Da habe ich gemerkt, die Situation hat sich geändert. Jetzt passiert was anderes, was Neues. Es ist nicht mehr das, was mich bewegt und nach vorne getrieben hat, all die Zeit. Aber so ist es eben. Die Zeit schreitet voran. Und das meine ich so. Es gab ja diese Entwicklung, jetzt wollen wir eben die D-Mark haben und dann wollen wir reisen und dann ging es um Fernseher und ich weiß nicht was. Das hat auch alles seine Berechtigung, war aber nicht so mein Ding. Aber der Mauerfall war natürlich nochmal eine Riesensache. Aber das hat ja schon immer, das hat ja so eine Dynamik gehabt. Das ging ja auch sehr schnell, wenn man sich überlegt, ja, von einer totalen Sternensituation, die so aufgebrochen ist. Und jetzt waren die Leiden los, also die Schleusen geöffnet. Und so reiten sich diese Momente oder Ereignisse recht schnell so aneinander. Und das nahm so seinen Weg. Also auch das Wort Wiedervereinigung, natürlich, das war es natürlich historisch. Ich weiß nur, so mit Freunden, die wir so zusammengesessen haben, werden so gedacht, ein bisschen langsamer. Die Sache mit dem runden Tisch, das fand man natürlich prima. Vielleicht mehr so Richtung Konföderation, mal ein bisschen langsamer. Rückblickend könnte man sagen, es musste vielleicht auch schnell gehen. Weiß man ja nicht. Die Situation war ja in der Sowjetunion auch nicht gerade stabil und so weiter. Also all dies. Aber eigentlich hätte sich das Ganze ruhig auch noch ein bisschen langsamer entwickeln können. Aber das, was ich eben sagte, die Schleusen waren geöffnet und es machte irgendwie nur noch die Ereignisse, nahm so ihren Lauf. Und das ist auch in Ordnung und gut.